Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Weger. Ich bin auch der Referent für Fotografie und Gestaltung und habe unter anderem dieses Buch hier über die Grundlagen der Farbe für Fotografen und Grafikdesigner geschrieben. In diesem Video gehe ich wieder einmal einer meiner Lieblingsfragen nach, nämlich inwiefern es den Tatsachen entspricht, dass viel, viel hilft und deshalb kann man das mit größeren Bildzensoren generell besser sind als kann man das mit kleineren Sensoren. Dass ein größerer Sensor generell mehr Potenzial hat in Sachen Auflösung, Bildqualität und Detailqualität, daran gibt es zunächst einmal nichts zu rütteln. Die Frage ist allerdings, wie groß diese Unterschiede in der Praxis ausfallen und dazu habe ich ja schon viele Tests gemacht und auch veröffentlicht. Die Rechnung, dass ein viermal so großer Vollformat Sensor, viermal so groß wie MFT, auch viermal so gute Bildqualität abliefern, ist natürlich letzten Endes eine Milchmädchenrechnung. Wenn man die Unterschiede in der Praxis untersucht, eigenhändig untersucht, kommt man meistens darauf, dass Unterschiede, die in den theoretischen Debatten wie Elefanten erscheinen, in der praktischen Anwendung doch eher einer Mücke entsprechen. Für diesen Test lasse ich diesmal meine MFT-Kamera, die Olympus OM-D E-M1 Mark III, nicht einfach nur gegen Vollformat antreten, sondern diesmal stelle ich sie auch in Vergleich zu einer Vollformat-Kamera. Als Vertreter für MFT eben meine Olympus-Kamera, in diesem Fall mit dem neuen Weitwinkelsoom 8-25 mm von Olympus, ein ganz sehr großartiges Objektiv für all diejenigen, die gerne unterwegs sind und Landschaftsfotografieren. Mit diesem Objektiv komme ich bis nahezu in den Makro-Bereich hinein. Ein eigenes Video darüber werde ich in einiger Zeit noch veröffentlichen. Als Vertreter für das Vollformat habe ich von Fotohebenstreit die Canon OES R5 bekommen, eine Kamera mit 45 Megapixel, danke an Fotohebenstreit, wieder einmal dafür. Auch die Fujifilm, die ich als Mittelformat-Kamera bekommen habe, stammt von Fotohebenstreit. Die Canon ist eine Kamera, die sich sehr gut, sehr solide anfühlt. Ich nehme an, die Zahl 5, R5 hier ist nicht umsonst gewählt. Die D5-Reihe ist ja im Grunde genommen ein Klassiker der professionellen Fotografie. Solide gebaute Kamera liegt gut in den Händen. Das Shaping der Olympus gefällt mir etwas besser. Ich mag einfach diese tieferen Griffe hier. Der Griff der Canon hier ist eher breiter, nicht ganz so tief. Das ist aber letzten Endes Geschmackssache. Die Kamera wirkt solide. Die ganzen Einstellräder hier fühlen sich großartig an. Rasten deutlich spürbar ein. Macht also wirklich einen tollen Eindruck. Und ich glaube, niemand, der mit Vollformat fotografieren möchte, macht mit dieser Kamera irgendetwas falsch. Als Objektiv habe ich das 15-35mm zur Verfügung gestellt bekommen. Und die dritte im Bunde hier die Fujifilm GFX 50R Mittelformat Kamera ausgestattet mit einer 23mm Festbrennweite. Das entspricht heruntergerechnet als Vollformat ungefähr 18mm. Und auf das habe ich auch versucht, die anderen beiden Zoom-Objektive einzustellen. Auch diese Kamera wirkt absolut solide, wobei der Formfaktor eher einem kompakten Ziegelstein entspricht. Das heißt, nicht so ergonomisch gestaltet ist wie die Olympus oder die Canon Vollformat Kamera hier. Das heißt, keine Kamera, mit der ich unbedingt aus freier Hand fotografieren möchte, beziehungsweise nicht die erste Wahl, wenn es darum ginge. Aber ich glaube, Mittelformat Kameras wie diese sind auch eher dazu gedacht, auf Stativ eingesetzt zu werden. Und mit wenigen Ausnahmen habe ich auch alle Aufnahmen, die ich anschließend zeigen werde, vom Stativ aus ausgenommen. Gewohnt Fuji-like das Ganze ein Blendenring hier am Objektiv. Dann beschriftetes Rad für die Belichtungszeit und ein weiteres Rad für die Belichtungskorrektur. ISO-Empfindlichkeit wird dann entweder über dieses Rad. Ich glaube, Standardeinstellung war hier das vordere Rad. Hinten gibt es ein zweites Rad mit möglichen Einstellungen, das dazu auch noch klickbar ist. Ich habe mich mit keiner dieser Kameras intensiv auseinandergesetzt, dass es kein Produkt ist, sondern ich habe die Kameras einfach genommen. Die Einstellungen, von denen ich angenommen habe, dass sie ideal sind für diesen Vergleichstest, herangezogen. In den meisten Fällen habe ich mit mehreren Blenden fotografiert und dann jeweils die Aufnahme mit der besten Detailzeichnung verwendet. Wie gesagt, keine Kamera, die ich mit mir herumtragen möchte und mit der stundenlang aus freier Hand fotografieren möchte. Allerdings eine Kamera, die eben auch mir Spaß gemacht hat, in dem Moment, wo sie auf dem Stativ steht. Die Arbeit mit dem Stativ, das Einstellrad hier, der Ring am Objektiv, die beschriftenden Rädchen, alles das lädt dazu ein, sehr viel bewusster zu fotografieren, als ich das mit meinen üblichen Schnellschusskanonen mache. Das heißt, wer diese Art der Fotografie mag, der sollte sich Fuji Mittelformat auf jeden Fall ansehen. Vor allem, wenn man sich von Preisen in der Liga, in der auch die Canon R5 hier spielt, nicht abschrecken lässt. Die Kamera liegt, glaube ich, in der Liste irgendwo bei 4.500. So in dieser Größenordnung, der Body alleine. Und für mich etwas eine Überraschung, der Body hier, der Mittelformatkamera von Fuji, preislich nicht unwesentlich darunter, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 4.700 Euro. Die Objektive haben das Ganze dann noch etwas ausgeglichen, aber trotzdem die Kombination Fuji mit Festbrennweite hier preiswerter, als die Canon Vollformatkamera mit dem Zoom-Objektiv. Wie gesagt, wer diese Art der Fotografie, in der das in der Details eine wichtige Rolle spielt, gerne betreibt und die entsprechende Präzision mit Stativ walten lässt, der sollte sich auf jeden Fall das Fuji-System auch mal in Augenschein nehmen, wenn es darum geht, in ein neues System zu investieren. Nicht unbedingt dann den Tellerrand bei Vollformat ziehen. Ich habe zwei Locations ausgewählt, um die Kameras miteinander zu vergleichen. Das eine ist einmal eine Kirche in Dornbirn in Haselstauden, die speziell dadurch ist, dass sie im Saal innen mit zahlreichen Mustern bemalt ist und deshalb extrem viele Details zeigt. Die Bilder, die ich gleich zeigen werde, können auch heruntergeladen werden über meinen Blog. Das heißt, wer sich das Ganze im Detail etwas genauer noch anschauen möchte und untersuchen möchte, der kann das gerne machen, in 100% Auflösung. Die zweite Location, die ich gewählt habe, ist ein Aussichtspunkt hier über Feldkirch, von wo aus ich über die Stadt und über das Vorarlberger Rheintal hinweg fotografieren konnte. Ein zweites Motiv mit sehr vielen Details. Ich habe dann die einzelnen Aufnahmen hier in Photoshop übereinander gelegt, in Ebenen übereinander gelegt und versucht, die Größen so gut als möglich anzugleichen. Das heißt, es ist dabei Interpolation im Spiel. Das ist natürlich einerseits etwas suboptimal. Auf der anderen Seite denke ich oder bin ich der Überzeugung oder kann ich zumindest für mich selber sagen, dass ich auf gleicher Größe die Details besser unterscheiden und vergleichen kann, als wenn ich hier die unterschiedlichen Größen habe. Immerhin haben wir bei der Fuji 50 Megapixel, bei der Canon 45 Megapixel. Dieser Unterschied ist nicht groß, aber bei meiner Olympus sind das nur 20 Megapixel und diese Größenunterschiede sind dann nicht mehr gut. Erste Aufnahme hier, ich zoome mir hier mal auf die 100% Ansicht hinein. Das ist die Aufnahme der Fujifilm GFX, also des Mittelformats. Wie gesagt, wer das im Detail anschauen möchte, ich lasse das jetzt hier nicht im Video zu lang wirken. Um das wirklich vergleichen zu können, muss man die Bilder dann wirklich selber herunterladen. Die Bilder, die es auf meinem Blog herunterzuladen gibt, das sind übrigens keine interpolierten Varianten, sondern das sind die normal aufgelösten, in der Auflösung, mit der die Aufnahmen entstanden sind. Ich blende jetzt hier mal die Canon ein, beziehungsweise die Aufnahme der Canon ein und wenn ich das jetzt vergleiche, hier nochmal das ausblenden, dann würde ich sagen, man sieht hier in einigen Bereichen, dass die Mittelformatkamera etwas detaillierter durchzeichnet. Die Canon-Aufnahme wirkt etwas schwammiger. Auf der anderen Seite scheint die Canon hier mit dem großen Kontrastumfang des Kirchenraumes besser zurecht zu kommen. Hier scheint in allen Bereichen noch Zeichnung drin zu sein, ohne dass es ausgefressen ist. Bei der Fuji ist es hier an der Grenze. Wenn ich hier mal zur Seite gehe, auf das andere Fenster hier und das hier nochmal vergleiche in der 100%-Ansicht, dann wirkt das bei der Fuji hier doch schon ziemlich ausgefressen. Die Zeichnung hier ist ausgeblasen und wenn ich da nochmal die Canon einblende im Vergleich dazu, hier ist sehr viel Zeichnung, überraschend viel Zeichnung drin. Das hat mich deshalb überrascht, weil ich schon einige Vergleichstests auch gemacht habe, zwischen MFT und Vollformat und bei all diesen Tests eigentlich keinen wirklich nennenswerten Unterschied feststellen konnte. Und hier ist der Unterschied, Licht von der Hand zu weisen. Im Vergleich dazu die Aufnahme, die ich mit meiner Olympus gemacht habe und eben interpoliert habe auf dieselbe Größe wie die beiden anderen Aufnahmen. Wenn ich das hier einblende, hier sieht man, die Lichter sind hier völlig ausgefressen, ausgeblasen. Auch im Vergleich zur Fuji, ich blende hier die Olympus nochmal aus, auch hier nicht die vollen Details vorhanden wie bei der Canon, aber doch noch etwas mehr Zeichnungen der Details als bei der Olympus, wobei man hier auch sagen muss, ein Teil davon kann natürlich auch durch die kleinere, die geringere Auflösung bedingt sein. Vergleich hier in den Details. Die Vergrößerung hat natürlich dazu geführt, dass diese Strukturen, die durch das Nachschärfen bei der Interpolation entstehen, entstehen. Und wenn ich hier mal Details vergleiche, hier die Aufnahme der Olympus im Vergleich zu Kennen, ja, man erkennt hier bei der Canon etwas mehr Details, die schönere Aufnahme. Vielleicht noch besser zu sehen als in diesem Bereich hier, die Struktur in den Flügel hier vorhanden und in der Aufnahme der Olympus natürlich nicht vorhanden. Das ist einfach die Auflösung nicht groß genug. Vergleichen in diesem Bereich nochmal die Mittelformatkamera mit der Olympus. Das ist eine ganz andere Liga, wenn man das hier vergleicht. Also hier profitiert wirklich die Szene von dieser großen Auflösung. Damit natürlich dann in der Praxis man auch einen Nutzen davon hat, oder den Nutzen davon, von dieser großen Auflösung, den hat man natürlich erst dann, wenn man auch entsprechend große Prinz macht. Das heißt, bis zu einer Größe eines Ausdrucks von A3 und knapp darüber, würde man praktisch keinen Unterschied sehen hier zwischen der Aufnahme, die mit der MFT-Kamera gemacht worden ist, der Aufnahme, die mit der Vollformatkamera gemacht worden ist und der Aufnahme, die mit der Mittelformatkamera gemacht worden ist. Erst wenn es deutlich darüber geht, dann wird das wirklich relevant, wenn ich in Richtung A2 gehe. Bei A2 kann ich noch ziemlich gut mit den beiden 45 Megapixel, mit der 50 Megapixel-Kamera noch ziemlich gut auf die 300 ppi, die übliche Reise von Druck empfohlen werden, hinkommen. Bei der Olympus würde das schon eine relativ teutliche Interpolation erfordern oder es wird mit zu geringer Auflösung gedruckt. Relevant ist das natürlich nur dann, wenn ich ein Motiv habe, bei dem ich damit rechnen muss, dass der Betrachter näher an das Motiv anantritt. Wenn ich ein Porträt mache, wenn ich eine normale Landschaft fotografiere, wenn ich Tiere fotografiere und das als Poster in A2 beispielsweise ausdrucke, dann geht man von einem Betrachtungsabstand von einem Meter und mehr aus. Sonst ist es sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand näher an das Bild herantritt, um da irgendwelche Details zu untersuchen. Vielleicht ein Fotograf, der sehen möchte, wie gut die Detailschärfe ist, aber wegen des Motivs selber wird niemand diesen Schritt zum Motiv hin machen. 300 ppi sind dann wichtig, wenn ich etwas ausdrucke, was Größenordnung A4 oder kleiner oder etwas größer, also alles, was der Betrachter in den Händen hält, mit einem Betrachtungsabstand, wie er für das Lesen typisch ist, von 45 cm, dann brauche ich diese 300 ppi. Bei einem Betrachtungsabstand von einem Meter genügend mehr 90 ppi. Das menschliche Auge ist, dass diese Entfernung nicht mehr in der Lage einen Unterschied zwischen 90 ppi und 300 ppi festzustellen. Und je größer der Print ist, desto weiter wird man zurücktreten, um ihn erfassen zu können und desto mehr relativiert sich der Auflösung, desto weiter kann ich dahin unterfahren. Wie gesagt, das gilt für die meisten Motive. Wenn ich jetzt allerdings von einem Motiv ausgehe, wie hier, in dem die Details eine zentrale Rolle spielen, dann muss ich sehr wohl davon ausgehen, dass ein Betrachter diesen Schritt zur Aufnahme, zum Druck, zum Bild hin tatsächlich macht, um Details ins Auge zu fassen. Und dann profitiere ich von den großen Auflösungen, die die Canon und die die Fujifilm hier mitbringen. Ein ähnliches Motiv, wo das auch der Fall sein wird, das sind Landschafts-Ortschafts-Motive, wie ich es als nächstes zeigen möchte. Es sind aber eher die Ausnahme dieser Motive, wo die Details wirklich eine zentrale Rolle spielen gegenüber den meisten anderen Motiven, wo das nicht der Fall sein wird. Das heißt, es gilt abzuwägen, welche Bedeutung hat das für mich überhaupt. Nun kann ich mit der Olympus ja nicht nur mit den 20 Megapixel des Sensors fotografieren, sondern via Pixel Shift wird mir auch ein High-Res-Modus angeboten, mit dem ich je nachdem auf 50 oder 80 Megapixel komme. Wenn ich mit Stativ fotografiere, dann sind das 80 Megapixel. Und natürlich dieser Vergleich ist auch interessant zwischen den beiden hoch aufgelösten Kameras hier und der Pixel-Shift-Variante. Auch hier bin ich hingegangen und habe die Bilder übereinander gelegt. In diesem Fall vergleiche ich anhand des Kirchenmotivs hier lediglich die Canon mit der Olympus. Ich hatte zwar eine Aufnahme mit Fujifilm auch gemacht, mit dem selben Motiv. In der Annahme, dass bei Mittelformat Blende 32 problemlos möglich ist, habe ich leider nur mit dieser Blende fotografiert. Und die Aufnahme war dann dermaßen unscharf, dass es keinen Sinn macht, das hier in den Vergleich mit einzubringen. Vergleichen wir also die beiden Bilder hier. Ich gehe auch hier hinein in die 100%-Ansicht, dieselbe Kirche, die es mal in die andere Richtung fotografiert. Zunächst mal hier die Aufnahme der Olympus mit 80 Megapixel aufgenommen. Ich habe sie dann allerdings herunterinterpoliert, herunterverkleinert auf dieselbe Größe wie die Canon-Aufnahme auf diese 45 Megapixel, um das Ganze wirklich auf Augenhöhe vergleichen zu können. Und wenn ich hier jetzt mal die Canon einblende und wieder ausblende. Was der Unterschied sehr schön zeigt, ist, dass es Rauschen vermindert. Und zwar sehr stark. Und das ist interessant hier, das ist Basis-ISO. Das ist bei der Canon, glaube ich, ISO 100 und bei der Olympus ISO 200. Wenn ich die Canon hier einblende, dann sieht das sehr verrauscht aus. Natürlich wird die Canon, oder rauscht diese Canon, standardmäßig nicht so. Aber ich habe bei allen Bildern, das habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt, die ganzen Aufnahmen, die ich hier in der Kirche gemacht habe, da habe ich in Capture One jeweils, um den XM-Kontrastumfang auszugleichen, habe ich jeweils die Tiefen und Schwarz auf Plus 100 gezogen und die Lichter und Weiß auf Minus 100. Das habe ich bei allen Aufnahmen identisch gemacht. Ansonsten habe ich keine anderen Einstellungen vorgenommen. Ja, vielleicht auch das noch zur Ergänzung. Alle Aufnahmen wurden mit einer Belichtungskorrektur von Minus 2 aufgenommen. Und dass ich hier bei dieser Canonaufnahme jetzt hier eben doch relativ deutlich Rauschen zu Gesicht bekomme. Das hat eben damit zu tun, dass eben die Tiefen und Schwarz auf Plus 100 aufgezogen wird. Interessanterweise eben in der Aufnahme der Olympus hier kaum Rauschen erkennbar. Welche Aufnahme jetzt hier von den Details besser ist, ich glaube, man kann darüber streiten, ja, ich glaube, es kann jeder für sich entscheiden, welche Variante er oder sie besser findet. Ich denke, die beiden Aufnahmen kann man als auf Augenhöhe bezeichnen. Nicht auf Augenhöhe sind die Aufnahmen der Canon und der Olympus im hochauflösenden Modus, wenn wir wieder einen Blick hier auf die extremen Lichter werfen. Bei der Olympus sehen die Fenster hier auch wieder sehr ausgefressen aus. Und wenn wir dem gegenüber, wenn ich dem gegenüber hier mal die Aufnahme der Canon einblende, dann haben wir hier eine ganz andere Durchzeichnung, eine sehr viel sauberere Durchzeichnung. Den Nutzen des hochauflösenden Freihandmodus meiner Olympus Kameras habe ich bereits wiederholt untersucht. Und ich konnte bei dem Vergleichsaufnehmen niemals feststellen, dass ich bei der hochauflösenden Aufnahme nicht nur mehr Auflösung habe, sondern darin auch mehr Details erkenne als in der normal aufgelösten Aufnahme. Nun haben Anwender in Kommentaren zu meinen Blogartikeln und meinen Videos wiederholt ihm auch widersprochen und schwören darauf, dass sie im hochauflösenden Modus tatsächlich feinere Details erkennen können, als das in der 20 Megapixel Aufnahme der Fall ist. Ich habe diesen Vergleichs hier, diese Serie zum Anlass genommen, auch das noch einmal zu vergleichen. Diese Aufnahme, die man jetzt hier sieht, die ist im hochauflösenden Freihandmodus entstanden, hat also 50 Megapixel, bin ja auf 100% gegangen und war es natürlich gerade bei dieser Szene, hier sieht man natürlich tatsächlich den Vorteil des High-Res Modus, der einigermaßen bekannt ist, ich habe kaum Rauschen in diesem Bild drin. Und da wird man jetzt gleich einen Unterschied sehen, wenn ich jetzt die Aufnahme, die mit 20 Megapixel entstanden ist und die ich auf dieselbe Größe gebracht habe, wie dieses 50 Megapixel Bild, wenn ich das einblende, dann haben wir wieder diese Situation, dass durch die Interpolation nachgeschärft wird und das verstärkt natürlich auch das Rauschen und das lässt natürlich definitiv dieses Bild hier besser wirken, vielleicht etwas unschärfer, aber besser wirken als diese Aufnahme. Sehen wir uns die Details an, am besten denke ich wieder zu erkennen in diesem Bereich, man kann das ansatzweise gerade noch in Ziffern, was hier steht, jedenfalls in dieser Variante und wenn ich das vergleiche mit der Interpolierten Version, dann geht die Lesbarkeit hier definitiv verloren. Das heißt, ich muss zugeben, bei dieser Aufnahme, bei dieser Szene hier profitiert das Motiv tatsächlich auch vom Freihandmodus für hochauflösende Aufnahmen. Der Vorteil liegt natürlich bei dieser Aufnahme noch drin, dass ich das jetzt durch ein gutes Tool zum Nachschärfen jagen kann, wie beispielsweise die Programme von Topaz und dann kann ich hier natürlich noch einmal sichtbar etwas mehr herausholen, was bei dieser Aufnahme hier definitiv nicht möglich ist. Das heißt, ich muss hier meine Aussage, dass der hochauflösende Freihandmodus überhaupt nichts bringt, etwas revidieren. Die Frage ist natürlich bei diesem kleinen Unterschied, was die Detailschärfe, was die Detailzeichnung angeht, wie relevant das in der Praxis wirklich ist. Wir müssen uns bewusst sein, dass das, was wir am Monitor sehen, wenn wir ein Bild in der tatsächlichen Pixel-Ansicht betrachten, 100% betrachten, etwa der dreifachen Vergrößerung entspricht von dem, wie das Bild bei 300 ppi gedruckt werden würde. Bildschirme haben üblicherweise keine Auflösung von 300 ppi, sondern meistens irgendwo zwischen 100 und 120 ppi. Mein ISO-Bildschirm, vor dem ich hier sitze, der hat 109 ppi. Das heißt, ich habe eine etwa dreifache Vergrößerung gegenüber des Drucks. Wie viel das ausmacht, ist mir erst so richtig bewusst geworden, seit ich eben ein MacBook habe mit einem Rezinnendisplay. Das hat eine Auflösung von 226 ppi, also etwas mehr als doppelt so groß wie mein üblicher Desktop-Monitor. Probleme, die ich am Monitor deutlich sehe, wie hier jetzt eben, sehe ich im Grunde genommen auf dem Laptop, vergleichsweise in 50%, also ich bin jetzt auf 50% ausgezoomt und Probleme, die am Desktop sehr eindeutig sind, sind beim Rezinnendisplay ein sehr viel geringeres Problem. Und im Druck haben wir dann eben bei 300 ppi eine noch mal kleinere Darstellung. Das heißt, man sollte diese Unterschiede, die man bei in der tatsächlichen Pixelansicht am Monitor sieht, nicht überbewerten. Kommen wir zur abschließenden Vergleichsaufnahme, die ich unter Tageslichtbedingungen gemacht habe. Das ist jetzt hier eben eine Aufnahme vom Stadtstrophen, einem Aussichtspunkt über Felkirch auf Felkirch eben auch nochmal eine Szene mit extrem feinen Details. Im Moment sichtbar die Aufnahme, die mit der Fujifilm-Mittelformat-Kamera entstanden ist. Und ich zoome auch hier wieder auf 100% hinein. Ich habe die Bilder so ausgerichtet, dass die Spitze dieses Turms weitgehend deckungsgleich ist. Ich habe auch diese drei Bilder, die ich hier vergleiche, auf dieselbe Größe gebracht und ein ganz gutes Kriterium, um die Schärfe zu beurteilen, ist diese Schrift hier. Aber man sieht jetzt, wenn ich dem gegenüber die Aufnahme der Kennen einblende, dann ist das doch nochmal deutlich unschärfer. Das heißt, auch dieser Vergleich hier zeigt, die Fujifilm zeichnet hier wirklich die feinsten Details in den Ziegeln in den Steinen hier oder eben auch in diesen Details hier durch und eben schwammiger die Aufnahme, die mit der Canon entstanden ist. Hier eine Aufnahme im Vergleich dazu nochmal mit der Olympus im hochauflösenden Modus. Das heißt, während ich die Canon Aufnahme etwas vergrößern musste, um auf die 50 Megapixel der Fuji Aufnahme zu kommen, muss ich hier die 80 Megapixel Aufnahme reduzieren, um auf die 50 Megapixel runter zu kommen. Ich blende das jetzt ein. Und da sieht man dann doch nochmal einen sehr deutlichen Unterschied. Also trotz im Grunde genommen von der Aufnahme hier mehr Auflösung ein doch recht deutlich schlechteres Resultat Resultat als das, was ich mit der Mittelformat Kamera erzählen kann. Physik ist am Ende nun einmal doch Physik und die sorgt dafür, dass ein größeres Sensorformat definitiv mehr Potenzial hat, was die Auflösung und die Fähigkeit Details aufzuzeichnen angeht. Da fährt letzten Endes der Zug drüber. Auf der anderen Seite sollte man allerdings auch die Kirche im Dorf lassen. Das, was ich hier in meinen Vergleichen aufgezeigt habe und einigermaßen deutlich zu erkennen ist, das relativiert sich natürlich sehr stark dadurch, dass es in der 100% Ansicht aufgezeichnet worden ist, dass es in der 100% Ansicht gezeigt habe. Wenn das Ganze in den Druck hineingeht, dann haben wir eine Verkleinerung um den Faktor 3 und diese Probleme sind dann überwiegend nicht mehr zu erkennen. Vor allem dann nicht, wenn wir beim Ausdruck auf eine Größe oder die Größe von A3 nicht wesentlich überschreiten. Wenn jemand häufig Szenen fotografiert, in der feine Details eine zentrale Rolle spielt und wenn er oder sie diese Aufnahmen denn auch regelmäßig in Formaten deutlich über A3 drucken lassen möchte und darüber hinaus auch noch bereit ist, die größere Präzision die für diese Form der Qualitativ Hochwert in Fotografie notwendig ist walten zu lassen das heißt auch viel häufiger mit Stativ zu fotografieren der oder die wird definitiv von Kameras mit größeren Sensoren und mehr Auflösung profitieren kann. Alle anderen Fotografen auf die das was ich eben gesagt habe nicht zutrifft die sollten sich überlegen ob sie auf diese winzigen Detailunterschiede die ich hier gezeigt habe wirklich so große Priorität legen dass es zum ausschlaggebenden Kriterium für oder gegen ein Kamerasystem ist. Eine Kamera ist nicht einfach nur eine einzige Eigenschaft sondern eine Kamera hat sehr viele verschiedene Eigenschaften. Neben der Abbildungs- und Detailqualität gehört dazu die Geschwindigkeit mit der die Elektronik arbeitet die Geschwindigkeit des Autofokus der generelle Funktionsumfang wer sich damit auch schon auseinander gesetzt hat weiß dass speziell Olympus mit speziellen Funktionen für die Nachtaufnahme für Langzeitbelichtungen für das Fokus Stacking auf warten kann die Robustheit die Wetterfestigkeit der Kamera spielt eine Rolle das Bedienkonzept spielt eine Rolle eine Fujifilm hat ein ganz anderes Bedienkonzept als das bei meiner Olympus der Fall ist und jeder Hersteller hat seine eigene Philosophie und das ist auch gut so weil dadurch jeder Fotograf eine Kamera finden kann die für seine subjektiven Vorlieben und für die Dinge die er fotografiert von der Bedienung her auch optimal geeignet ist das Systemgewicht spielt eine Rolle die Ergonomie spielt eine Rolle der Preis spielt ein Gewicht und viele andere Faktoren sind es die dazukommen und all das sollte man natürlich inklusive der Abbildungs Abbildungs Qualität mit in die Betrachtung einbeziehen aber nicht rein nur die Abbildungs Qualität betrachten und alles andere zweitrangig sehen soviel zu meinem Vergleich zwischen einer MFT einer Vollformat und einer Mittelformat Kamera ich hoffe dieses Video hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat schenkt mir ein Like ich freue mich wenn ihr meinen Kanal abonniert ich freue mich noch mehr wenn ihr ihn mit einer kleinen Spende unterstützt und ich verbleibe bis zum nächsten Mal Markus Weger